Da sind wir jetzt in Trouble in Terrorist Town. Jetzt hab ich gleich mal die Aufnahme neu gestartet, weil das eine andere Kategorie ist. Achso, wir müssen jetzt Waffen sammeln, hä? Nein, nicht sammeln, oh ja. Verdammt, Waffen, gib mir was. Wie sammelt man Waffen? Einfach drüber laufen. Ja, dann kannst du diegel, ich kann sie nicht aufgeben. Na, dann hast du wahrscheinlich in dem Slot schon eine Waffe drin. Jetzt hab ich eine Siegel. Also du kannst nicht doppelt, wenn du Waffen wechseln willst, lieber eine andere, die da liegt, haben willst, dann musst du Q drücken, dann wirfst du die, die du in dem Slot hast, weg. Ja, ja, hab ich gemerkt. Okay, gut. Und, ähm, ähm, Leverloss noch, da gibt's zwei verschiedene, ne? Ja, entweder du bist Innocent oder du bist Trader. Ja, Trader, der kann jetzt mit... Trader ist der Verräter, der Trader. Das ist der, der die anderen umbringen muss. Genau. Und der Trader, der kann... Ja, gibt's das hier auch in dem Mod, äh, in dem Mode? Ja. Ist die Waffe gut? Der Trader, der kann nämlich auch noch, äh, erzähl was kaufen, ne? Achso, wir dürfen untereinander natürlich nicht sagen, was wir sind, oder? Oh, ich hab hier meinen Verdächtigen gesehen. Er läuft rum. Na gut, das machen alle. Oh, hier steht einer nur wie so ein, ey, der, äh, dead, dead schön. Was ist denn mit dir? Hä, was? Du, achso, du stehst nur, deswegen. Ja, ich, ich... Die werden sich jetzt alle fragen, warum ist das, äh... Okay, Lufutio. Ey, halt die Waffe nicht auf mich. Halt die Waffe nicht auf mich. Halt die Waffe nicht auf mich. Ich tötte dich. System, das haben wir in 90 Prozent schon. Oh, scheiße, jetzt werde ich angekillt hier. Sie hat mir Jungen gebracht, bringt sie um. Ich bin gar nicht der Traitor, vor allem nicht. Das ist ja noch das Geile. Ich höre hier nur Schüsse. Ja. Ich kann gar nicht schreiben. Die wundern sich jetzt mit sich halt alle, warum ist das vor mir ein Terror-Town? Nicht in Terror-Town, in Terrorist-Town. Terrorist-Town. So. Ähm, warte, warte, warte. F-Fortuna, untersuch mein Körper. Wieso? Dann steht, dass ich innocent war. Damit ich dein schmutziges kleines Geheimnis finde. Der ist ja auch unschuldig. Was ist das für eine Pussy? Die sind ja alle unschuldig. Der tötet alle, der Neib, der tötet alle. Das ist ja unfassbar. Der hat mich getötet. Wer hat den Shit gesagt? Und tötet der mich? Ja eben, der Neib ist Traitor. Fortuna. Obwohl du mich getötet hast, Magi, bitte immer noch. Der Sun-Fact war's. Ich hab alle umgebracht, aber ich war innocent. Ich hab jetzt den Shrater gefunden. Aber nein, du killst dich. Fortuna, du hast mich zwar umgebracht, aber das ist nichts. Du nimmst es mir nicht krumm, ne? Na, ich vertraue dir trotzdem. Okay, das ist lieb von dir. Wenn das nicht mal ein Fehler war. Ich kann trotzdem, man wird nervös, weil jemand eine Waffe auf dich richtet. Au, irgendwas hat mir jetzt wehgemacht. Was hat mir wehgemacht? Wehgemacht? Wieso bin ich hier oben gespawnt? Wie komm ich denn hier wieder runter, verdammt? Wo? Ich bin hier oben. Guck mal nach oben. Ich bin hier, hier oben. Na, hier auf dem, ne, auf dem, auf so'n komischen Haus. Nee, nicht auf dem Container. Wie komm ich hier runter? Wo? In dem Haus? Ah, warte mal, hier ist so'ne kleine Abplane. Ah! Ja, toll. Gleich, gleich, gleich Zeug verloren. Schön. Au. Es tut doch weh. Na? Na? Was bist du? Was bist du? Was bist du? Wo bist du? Wer? Du. Ich. Seid ihr innocent? Vielleicht. Ja. Möglicherweise. Ja, möglicherweise. Ähm, neu. Oh, bist du. Wir machen aus der Ecke. Wir machen aus der Ecke. Oh, schön. Oh, verdammt. Also, der eine, der aus dem Ecke geschossen hat, war ein Traitor. Ja. Ja. Ja, sowas. Wer ist denn jetzt hier mein Kollege gewesen? Ich. Ach, echt? Ja, ich seh. Nee, hier ist noch jemand. Oh, der ist oben gerade in Dachschlacht. Ja, du warst doch gar nicht mein Kollege hier. Mein Kollege war, äh, ja, irgendwer. Äh, irgend so'n Typ. Fortuna. Ja, bitte? Jetzt werde ich einfach neben dir laufen und dich beschützen. Oh, und in Wirklichkeit bist du dann der Traitor und willst mich töten. Ja, und tötet es mir. Was? Mich hat tatsächlich mal beim Travel in Terrorist Town, kommt so'n kleiner Bengel an und sagt, Ja, hier, du, komm mal mit. Ich so, ich noch so harmlos. Ich so, ja, was denn, ne? Ey, ich bin schon wieder hier oben gespawnt. Das ist ja unfassbar. Wieso bin ich immer hier oben? Vorhin, da hab ich immer Fallschaden. Oh, wie ist denn der jetzt hochgeklettert, hier, die Kamikaze-Schrickse? Komm ich? Kannst du zu mir kommen? Nein! Au! Ach, fuck it. Ja, ich muss mich erst mal ausrüsten, hier, für den Krieg. Ah, okay, schön. Funfact? Ja? So? Ja? Wo bist du? Richtest du gerade eine Waffe auf mir? Ja, ich hab aber nicht geschossen. Das zeugt von... Ich hab nur deinen Kopf anvisiert und so, aber ich habe nicht geschossen. Genau. Wer bist du? Ich bin... Ach, Lofuzio, schön. Schießt du auf mich? Nee. Nein. Ich hab mal wieder einen Sniper. Also ich kann irgendwen wegsnipen. Ich trau dem Sunfact nicht. Der ist ein Detektiv, das siehst du doch. Sunfact ist Detektiv. Ah. Der ist blau markiert, wenn du... Na, der ist blau markiert. Du kannst, glaub ich, wenn du Leichen findest... Nee, Quatsch, wenn du... Irgendwann... So ein Gerät, so ein DNA-Gerät oder sowas hast du? Ja, aber ich... Na, guck mal, soll ich die auf dem Dach abschießen? Geh mal weg und darf die schießen. Ja, warte mal. So, den hab ich die Kniescheibe weggeschossen. Was? Der war verdächtig, den musste ich umbringen. Tut mir leid. Warum machst du das? Na, man... Irgendwie müssen wir ja rausfinden, wer der Verräter ist, oder? Guck mal, da unten stehen welche, da unten in der Gasse. So, okay, der war auch nicht Falle. Wer hat denn mich jetzt umgebracht? Ja, ich bin einfach explodiert. Mich hat gerade irgendwer erschossen. Lufuzio, warst du das? Ja, ne? Du bist Trader. Lufuzio, du bist der Varelle, Luder, du. Und ich räum hier für dich die Leute aus dem Weg, du Luder, du. Oh, schön. Aber es ist eigentlich schade, Prop Hunt macht auf dieser Map hier auch richtig Spaß. Ja, können wir gleich nochmal starten. Ja. Ich find Prop Hunt auf dieser Map ziemlich beschissen, um ehrlich zu sein. Echt? Also, ich find Prop Hunt auf Ports für mich ein bisschen beschissen. Ich mag die Map auch nicht. Na, es gibt so richtig dumme Maps, wo es auch gar keine Verstecke und nichts gibt. Genau. Wo man sich auch fragt, hä? Ich war mal bei irgendeiner Map, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Die ist auch so, 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 wie so ein bisschen so wie diese Italien-Map. Und da konnte man sich nur in Ziegelsteine verwandeln. Oh. In so nix, da waren nur Ziegelsteine. Mehr nicht. Nicht mal ein Fass, nicht eine Flasche, gar nichts. Es war einfach nur irgendwelche Straßen und das war's. Was war denn das jetzt? Ich hör da was im Hintergrund. Ja, und wer, wen hörst du da? Okay, ich... Das war bei Lucy. Oh man, jetzt bin ich weiß. Ist das deine Mutti gewesen? Ich glaube. Was ist das? Ich glaube, das war meine Mutti. Die sagt, du sollst endlich offen zu spielen. Schularbeiten. So, wo seid ihr? Also, ich bin oben. Leise. Okay, dann komm ich hoch. Ich behalte mich in dieser Runde recht neutral und schieße mal auf niemanden. So, ich hab mir jetzt gleich mal ne bessere Waffe genommen. Ach nee, da brauch ich ja doch die Munition von. Das ist gar nicht die Munition davon. Nee. So, Sunfact. Ich komm mal zu dir. Du kommst jetzt mal zu mir. Wie kommst du denn? Na, wenn du oben bist, dann komm ich jetzt zu dir. Ah, ich bin vorne an der Treppe. Der hat auf mich geschossen. Was? Der hat auf mich geschossen. Ja. Warte, wie heißt der? Achso, ihr seid alle draußen? Ich bin drinnen, deswegen. Der Baros, so wie der heißt. Der hat auf mich geschossen. Okay. Wo kommt, von wo kommt der? Au. Er hat voll Schram. Au. Was? Oh, ihr seid alle da oben. Ich komm hier unten. Nicht auf mich snipern oder so. Oh, ihr schießt ja alle aufeinander. Warte, ich komm von hinten und helfe ihm Platz zu machen. Irgendeiner von euch ist der Trader. So, wer... Ich bin eh tot, also kann ich es zugeben. Sorry, sorry, sorry. Ich weiß auch, wer der zweite Trader ist. Scheiße. Wer denn? Ja. Der Baros, oder? Hau ihn weg. Nee, Sunfact ist es. Nee, Sunfact ist es nicht. Ich bin ja schon tot. Aber er hat eine Schrotflinte, so viel verrate ich euch. Äh, ich beobachte den gerade. Lufiu, oder wer weiß ich. Ich bin nicht der Trader, die haben uns nicht geschossen. Ich probiere mich gerade in irgendwas zu verwandeln. Äh. Das geht ja auch, wenn man schon tot ist. Also, der hat eine Schrotflinte, ja? Irgendwer will mich töten. Ja, der steht hinten, hinterm Haus, da wo die Mülltonnen eigentlich stehen. Und der steht aber einfach nur da. Ja. Also, da musst du runtergehen und draußen, hinter dem Haus, hier, wo auch die Treppe aufs Dach ist. Du warst Verräter, ich wusste es. Ja, scheiße, wenn man zu doof zum Springen ist, ne? Das ist aber auch der Einzige, der eine Schrotflinte hatte. Der Einzige. Äh. Okay. Wir sind korrekt. Korrekt. Ja, bitte, was bist du jetzt? Ja, bin ich jetzt ganz sicher nicht mehr. Ja, du hast einen scheiß Karma jetzt, oder? Gibt doch so einen Karma-Wert. Was sagt denn der eigentlich? Wisst das jemand? Karma-Wert? Karma, hm? Wenn du das, wenn du mit Tab mal die Übersicht öffnest, dann steht da Karma. Ja. Karma. Ich bin bei 942. Na, ich hab mehr. Ne, ich hab 786. Sehen wir ja. Was ist Karma? Ja, im richtigen Leben ist ja Karma, wie man sagt, diese Energie, die dich umgibt und die so Sachen lenkt. Also, wenn du schlechtes Karma verbreitest, kommt es zu dir zurück, weißt du? Also, wenn du zu anderen den Leuten schlecht bist und um dich herum schlechte Energien hast, dann wird dir auch Schlechtes widerfahren und so ein Dreck. So, Dad, schön hier. Was machst du denn da gerade? Ich hab mir eine Waffe geholt. Ja, gerade hast du eine andere weggeschmissen. So, was springt ihr hier rum? Wer ist das? System und Sunfax. Schön, ihr versteht euch. Ist das hier das heidnische Begrüßungsritual, wo man dann springt und... Wartet schnell, ist euch eigentlich aufgefallen, dass man gar nichts mit dem Magneto-Stick machen kann? Doch, kann man. Was denn? Du kannst alles anpacken, ankneten, was du willst. Mensch, jetzt hab ich gerade die Waffe gewechselt, ey. Haha, scheiße. Haha, schön. Haha. Nein. Da hat dir jemanden Falschschaden anlitten. Prozent mach ich da spiel auch auf der Fall ich bin drin gespawnt das habe ich das halte ich mir jetzt ist es ist mein Leben komplett okay die Kampus Kugel gehört Arne Falle was ist die Jürgen Org das macht Hörer Das gibt Power im Arsch. Ähm, Fortuna? Hm? Hm? Das ist ganz konzentriert. Hm? Wo bist du? Ich will nicht schon wieder sterben. Ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren. Ich bin nicht so, dass du da sprechst. Ja, 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 ja. Ich traue hier niemandem mehr. Und wenn du komisch kommst... Okay, pass auf. Du kommst ohne Waffen. Spucke auf mein Grab, wenn ich lüge, dass ich nicht... Na, auf dein eigenes Grab wirst du nicht mehr spucken können. Was bitte? Das kann auch dieser... Ah! Ja, Systemist Trader. Systemist Trader. Wo ist der? Auf dem Dach, auf dem Dach. Sunfake, du siehst ihn auf dem Dach. Ah, okay, ich. Bald. Sunfake, du untersuche mich. Sunfake! Fladdere meine Leiche. Räche meinen Tod. Komm her, unten, unten. Ja, genau. Warte, komm ich von hinten? Komm hier. Hier ist eine Leiche. Komm hier. Pass auf, dann komm ich von hinten aufs Dach und mach'n platt. Sunfake, auf der Straße, hier ist eine Leiche. Ich war innocent. Was? Hey! Bin jemand angeschossen. Der Sunfake ist der Traitor. Nein. Wieso hast du den Körper so lange unter... Okay, nein, das System ist der Traitor. Ist der immer noch auf dem Dach? Ja. Ich komm gerade aufs Dach, deswegen. Bring ihn um. Leute, nix verraten, nix verraten. Oh Mann! Die dumme Saudi. Jetzt war ja, das Systemist cool drauf. Ach, der hat doch bestimmt, äh, nix anderes zu tun. Der spielt ja den ganzen Tag. Ja. Verdammt!